Musik Da gibt es eben nicht mehr so viele Unterschiede. Wir hatten halt eben früher die sogenannte Bundesanstalt für Materialprüfung. Das ist die sogenannte BAM. Die BAM-Nummer, die auf jem Artikel früher draufstehen musste, die ist seit Mitte dieses Jahres quasi abgelaufen, erloschen. Musik Jetzt gibt es nur noch das CE-Zeichen mit der entsprechenden Prüfnummer. Und das haben halt sämtliche europäische Länder. Und insofern ist theoretisch alles auch hier in Deutschland frei verkäuflich. Es muss aber halt eben diese CE-Stimmung bestimmen. Musik Und dann gibt es dann auch noch diese berühmte 589, die steht auf jem Artikel drauf. Das sagt dem Bürger, dem Kunden, dass dieser Artikel hier in Deutschland geprüft wurde und auch diese CE-Nummer hier in Deutschland vergeben wurde. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017